Die Unternehmensgruppe Theo Müller ist ein europaweit agierender luxemburgischer Konzern der Lebensmittelindustrie. Besonders bekannt ist die Marke Müller Milch der Tochtergesellschaft Molkerei Alois Müller. Andere Unternehmen der Gruppe stellen Verpackungen her und befassen sich mit Vertriebslogistik sowie Fahrzeugtechnik. Überwiegend für den eigenen Konzernbereich. Seit 2011 befinden sich die Aktivitäten der HK Food Gruppe, zu der die Marken Hohmann Feinkost, Nadler, Lissner, Hamka, Fennigs, Hopf, Lio und die Unternehmen Nordsee und Bastiens gehören ebenfalls unter dem Dach der Unternehmensgruppe Theo Müller. Geschichte Ludwig Müller gründete 1896 in Arezried eine kleine Dorfmolkerei, die sein Sohn Alois Müller 1938 als gelernter Käser weiterführte. 1971 übernahm Theo Müller, der Enkel des Unternehmensgründers, die Leitung des Unternehmens. Er baute die Molkerei mit vier Angestellten zu einer europaweit agierenden Unternehmensgruppe auf. Die Molkerei startete als erste deutsche Molkerei den nationalen Absatz von Milchfrischprodukten. Im Laufe der 1970er Jahre brachte Theo Müller die Müller-Produkte durch bundesweite Werbekampagnen und TV-Spots Z.B. mit dem Fußballspieler Gerd Müller sowie durch Innovationen ins Gespräch. 1977 betrug der Umsatz 25 Millionen DM. 1987 trat das Unternehmen in den britischen Markt ein. 1992 wurde in Market Raten das erste Werk außerhalb Deutschlands eröffnet. Nur kurz darauf stieg Müller Dairy zum Marktführer im Joghurtsegment auf. Mit dem Erwerb des Sachsen-Milchwerkes in Lepersdorf bei Dresden 1994 startete das Unternehmen eines seiner größten Investitionsprojekte. Für 600 Millionen DM entstand die größte und modernste Molkerei Europas, in der heute, Stand 2013, mehr als 2000 Beschäftigte arbeiten. Lepersdorf sollte als Ausgangspunkt für den Einstieg in den osteuropäischen Markt dienen. In Lepersdorf werden mehr als 1,7 Millionen Tee-Milch verarbeitet. 50.000 Tee-Schnittkäse, 45.000 Tee-Butter, 25.000 Tee-Mozzarella und 20.000 Tee-Sauermilchkäse werden jährlich dort produziert. Zudem bestehen Kapazitäten für 2,7 Milliarden Verpackungseinheiten für Frischmilchprodukte, 310 Millionen Liter haltbare Milch und 60.000 Tee für Milchprodukte mit Früchten. Seit 1995 ist die Molkerei Alois Müller mit einer Vertriebsniederlassung in Verona in Italien präsent. Von 2003 bis 2007 erfolgte dies auch in Spanien. Zum Ende 2007 wurde die Produktion für Spanien wieder eingestellt. 2000 übernahm ein Konsortium unter der Führung der Molkerei Müller die Leitung der, zum damaligen Zeitpunkt noch staatlichen, Molkerei. Wein-Stefan, die Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KG wurde 2003 als Holding der Gruppe gegründet. Von Januar 2007 bis April 2008 leitete Christoph Weiß als geschäftsführender Mitgesellschafter die Gruppe. Weiß kündigte damals in einem Fokusgespräch einen radikalen Kurswechsel an. Zum 1. Mai 2008 wechselte Weiß in den Beirat und Thomas M. Hübner, zuvor im Management der Metro-Gruppe tätig, übernahm als geschäftsführender Gesellschafter den Vorsitz in der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe. Thomas Hübner verließ das Unternehmen jedoch nach zwei Monaten wieder und Hans-Peter GAI, der bislang für Unilever gearbeitet hat, ist Mitglied des Vorstandes geworden. 2007 investierte die Unternehmensgruppe am Standort Lepersdorf 22 Millionen Euro in den Bau der weltweit ersten Bioethanol-Anlage, die aus dem Molke-Restprodukt Müllasse seit 2008 jährlich 10 Millionen Liter des Kraftstoffzusatzes produziert. Mit dem Markteintritt in Israel im Februar 2008 machten Müller-Produkte erstmals den Schritt über die Grenzen Europas hinaus. Neben dem hebräischen Verpackungsauftritt werden die Produkte unter Aufsicht von Rabbis nach strengen Superkoscher-Regeln hergestellt, für den israelischen Konsumenten ein Beweis besonders guter Qualität. Produziert werden die Joghurts in Lizenz von Milko Diaries, einem Tochterunternehmen der Central Botling Company LTD. 2008 wurde in Prag eine eigene Vertriebsgesellschaft etabliert, die den tschechischen und slowakischen Markt mit Müller-Artikeln bedient. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die tschechische Molkerei Milkaner Prago Lactose, eines der größten Molkerei-Unternehmen des Landes mit Sitz in Prag. Ebenfalls 2008 erfolgte in Zusammenarbeit mit der Central Botling Company LTD der Markenlounge in Rumänien. Im Januar 2009 dann der Markteintritt in Polen. Wegen eines jahrelang bestehenden Gerüchts eines anonymen Urhebers erklärte die Unternehmensgruppe mehrfach in Pressemitteilungen 2007 und 2009, dass weder die Unternehmensgruppe noch Theo Müller selbst rechtsextremen Parteien nahe stünden. Auch unabhängige Quellen halten die Vorwürfe für widerlegt. 2011 wurde die Unternehmensgruppe Theo Müller S.E.C.S. mit Sitz in Luxemburg als Holding gegründet. Heiner Kamps übernahm als CEO die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. Anfang 2012 übernahm die Unternehmensgruppe Theo Müller den britischen Trinkmilchhersteller Robert Reisman Diaries. Im Juli des gleichen Jahres trat Müller Quacker Dairy ein Joint Venture mit PepsiCo, mit Müller Corner, Müller Grieg Corner und Frühtab in den US-amerikanischen Markt ein. Knapp ein Jahr später eröffnete im Juni die neu gebaute Molkerei von Müller Quacker Dairy in Batavia N.Y. Mitte 2012 übernahm der Konzern die Minsterly-Produktionsstätte in Schropshire. Dort werden gekühlte Dessiers der Marke Cadbury hergestellt, die Müller seit 2004 in Lizenz vertreibt. 2013 folgte die Übernahme der NOM Dairy UKLTD, inklusive des hochmodernen Produktionswerkes in Telford-Schropshire. Von dort aus soll das Handelsmarkengeschäft von Müller Dairy im britischen Joghurtmarkt ausgebaut werden. Ergänzend zu den milchverarbeitenden Töchtern gehören zur Unternehmensgruppe auch das Verpackungsunternehmen Optipac GmbH, die firmeneigenen Logistikunternehmen Colina und Emhage, die Fahrzeugtechnik Arezried GmbH und Müller Naturfarm. Eines der größten fruchtverarbeitenden Unternehmen in Deutschland. Mit einer Produktion von 110.000 Tonnen ist es die Nummer 3 in Europa. Insgesamt verfügt die Unternehmensgruppe über 21 Produktionsstandorte. Am 6. November 2014 gab Müller die Absicht zur Übernahme der Milchaktivitäten des britischen Molkerei-Unternehmens Dairy Crest durch die Tochter Müller Ucker und Ireland Group bekannt. Müller wird dadurch zum größten Milchproduzenten auf der britischen Insel. Kennzahlen und Unternehmensstruktur Die Unternehmensgruppe Theo Müller ist eine Societe on Commandite Simple, eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Einzige persönlich Haftende-Gesellschafterin ist eine gleichnamige Societe a Responsabilite Limité, die ihren Sitz ebenfalls in Luxemburg hat. Die Unternehmensgruppe gehört mit einem Umsatz im Molkereibereich von geschätzt rund 3,3 Milliarden Euro zu den größten Molkereikonzernen der Welt. Insgesamt erwirtschaftet die Gruppe jährlich einen Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit um die 21.000 Mitarbeiter. Zur Gruppe gehören unter anderem Tochterunternehmen mit eigenständigen Marken wie Müller, Müller-Weisman, Müller-Quacker-Dairy, Weinstephan, Sachsenmilch und Käserei Luz. Handelsmarken und Basismilchprodukte wie Butter, Haarmilch, Laktosepulver und Molkeprotein ergänzen das Portfolio. Neben den milchverarbeitenden Töchtern gehören das Verpackungsunternehmen Optipac, das firmeneigene Logistikunternehmen Culina & Müller Naturfarm zur Gruppe. Seit 2011 umfasst die Unternehmensgruppe auch die HK Food, einen in Deutschland führenden Hersteller von vorgefertigten Lebensmitteln. Deren Produktpalette umfasst gekühlte Feinkostsalate, Soßen und Fischspezialitäten der Marken Hohmann, Nadler, Laivio und weiterer Marken der Hohmann-Gruppe. Außerdem ist das Filialgeschäft von Nordsee Teil der HK Food. Derzeit verfügt die Unternehmensgruppe weltweit über 21 Produktionsstandorte sowie über Vertriebsniederlassungen in Italien, den Niederlanden, Rumänien und der Slowakei. Darüber hinaus exportiert Müller Milchfrischprodukte der Marke Müller nach Bosnien und Herzegowina, Irland, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Russland, Slowenien, Ungarn und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Unternehmensstruktur bzw. Marken. Das Sortiment umfasst Milch- und Sauermilchprodukte, Milchmischgetränke und Zitze. Fruchtgetränke 1990 war unter der Führung der Südmilch AG die Sachsenmilch AG gegründet worden, deren Leitungsfunktionen weitgehend mit Personen aus dem Südmilchvorstand besetzt wurden. Jedoch bereits 1991 entstanden finanzielle Probleme bei der Umsetzung des Projekts. Danach wurde die Sachsenmilch AG eine Tochter der Unternehmensgruppe Theo Müller, die unter den Markennamen Sachsenmilch und Käsemeister produziert. Das Unternehmen notiert mit der ISJNDE 0000 DRXC4 an der deutschen Börse. 2010 wurde das operative Geschäft auf die Sachsenmilch Lepersdorf GmbH übertragen. Die AG beschränkt sich seither auf die Vermögensverwaltung. Unter der Marke Sachsenmilch wird vor allem Butter, Buttermilch, Haarmilch, Milchpulver und Latte-Creme hergestellt. Zudem werden mit der Marke Käsemeister Schnittkäse, Sauermilchkäse und Joghurt produziert. Ein Teil der Produktion wird nach Italien exportiert. Seit 1999 stellt das Unternehmen zusätzlich Permeat, Retentat und diverse andere Konzentrate her. Außerdem vertreibt die Sachsenmilch AG Handelswaren wie Speisequack, Schlagsahne, saure Sahne sowie andere Joghurt- und Dessertprodukte. Molkerei Weinstephan Die Molkerei Weinstephan ist seit dem Jahr 2000 eine weitere Tochter der Unternehmensgruppe Theo Müller. Am ehemaligen Standort des Unternehmens am Weihennstephaner Berg wurden bereits 1021 in Freising durch das Kloster Weinstephan Milchprodukte hergestellt. Die Molkerei Weinstephan verließ im Jahre 1998 den Weihennstephaner Berg und produziert seitdem in einer neu gebauten Molkerei auf dem Gelände des ehemaligen Schlütergutes. 1803 wurde das Kloster aufgelöst und in einen landwirtschaftlichen Betrieb umgewandelt. In den folgenden Jahren wurden innerhalb der Molkerei 1852 eine königlich-bayerische landwirtschaftliche Zentralschule, 1876 eine Molkerei-Versuchsstation und 1898 eine königlich-bayerische Molkereischule eingerichtet. Im Jahr 1923 wurde der Betrieb mit mehreren anderen Einrichtungen in die Süddeutsche Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft eingegliedert. 1967 wurde die Molkerei verstaatlicht und somit Wirtschaftsunternehmen des Freistaats Bayern, wobei der Freistaat 78,3% und den Rest die damalige WIAKG übernahm. Während der staatlichen Kontrolle des Unternehmens wurde dieses 1994 zunächst in eine GmbH umgewandelt und zwei Jahre später als Aktiengesellschaft an der Börse notiert. Im Jahr 2000 übernahmen die Molkerei Alois Müller zu 75% und das Familienunternehmen Hofmeister Champignon zu 25% die Molkerei Weinstephan. Bereits im Jahr 2007 wurde die HK Food GmbH durch Heiner Kamps und Theo Müller Minderheitsanteilseigner als ein auf Convenience Food spezialisiertes Unternehmen gegründet. Die Schnellrestaurant-Kette Nordsee sowie die Neugründung der Bäckerei Bastians wurden in den Geschäftsbereich Filialgeschäft eingegliedert. Für Nordsee arbeiten rund 6.000 Mitarbeiter und führen in insgesamt 400 Filialen jährlich ca. 81 Millionen Kundentransaktionen im Gastro- und Einzelhandelsbereich durch. 1876 gründet Fritz Rohmann eine Fleisch- und Wurstwarenfabrik in Dissen am Teutoburger Wald, wo er einige Jahre später auch in die Margarine-Produktion einsteigt. 20 Jahre nach der Gründung führt die Expansion der Margarine-Produktion zur Einstellung von Produktion und Vertrieb der Fleisch- und Wurstwaren und HOMANN erweitert sein Sortiment um Feinkostsalate, Fischfeinkost, Remouladen, Brotaufstriche, Dressings und Würzsoßen. Infolgedessen eröffnet das Unternehmen 1961 sein erstes Feinkostwerk in Dissen sowie 1993 eine der modernsten Salatfabriken Europas. 2007 übernimmt die HK Food-Gruppe unter der Leitung von Heiner Kamps die HOMANN Feinkost GmbH und erweitert das HOMANN-Portfolio durch die Übernahmen der Muttergesellschaft der Hamka-Gruppe, des nordeuropäischen Geschäftsfelds der englischen Unternehmensgruppe Unique Feinkost GmbH sowie der Weser Feinkost und Rügen Feinkost GmbH. Nachdem Theo Müller 2010 Mehrheitsanteilseigner der HK Food-Gruppe wird, kommt es im Juni 2011 zur Eingliederung der HOMANN Feinkost GmbH in die Unternehmensgruppe Theo Müller SE, CS. Heiner Kamps übernimmt als CEO die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. Die HOMANN Feinkost GmbH ist Marktführer im Bereich Feinkost Salate sowie führender Hersteller von Fischfeinkost Dressings und Soßen. Die Unternehmensgruppe produziert auch Milchprodukte für mehrere große Einzelhandelsketten unter deren Handelsmarken. Auch ohne direkte Angabe des Herstellers lässt sich die Herkunft anhand der Veterinärkontrollnummer ermitteln, die mit denen der Stammhäuser Sachsen Milch und Alois Müller übereinstimmen. Bekannt sind folgende Handelsmarken Biak, Desira, Grazil, Gutes Land, Hofburger, K-Klassik, Landfein, Milbona, Milfina, Milsa plus Biak, Milzani, Sondna, Sondna Grazil, Ursi, Kritik. Im Frühjahr 2004 ließ der Konzern eine Umfrage des Greenpeace-Einkaufsnetzes zu Gentechnik im Essen anfangs unbeantwortet, bis er im April 2004 über seine Anwälte eine Stellungnahme abgab. Die Unternehmensgruppe habe alles in ihrem Einflussbereich Mögliche getan, um den Einsatz von gentechnisch verändertem Tierfutter auszuschließen. Ungeachtet dieser Aussage fand Greenpeace in Futtermittelstichproben bei vier Höfen, die Müller-Milch beliefern. Einen erheblichen Anteil genetisch veränderter Soja. Seither bestreitet Müller-Milch nicht mehr, dass im Futterdruck der Milchkühe gentechnisch verändertes Futter landen kann. Müller verweist dabei auf die Verantwortung der Landwirte bezüglich Herdenmanagement, zudem auch die Art der Fütterung gehört. Bei Protesten der Umweltschutzorganisation vor den Firmenzentralen kam es mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen des Sicherheitsdienstes und des Firmeninhabers Theo Müller selbst. Der Firmenchef wurde daraufhin zur Zahlung von 45.000 Euro verurteilt. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln dürfen die Produkte des Konzerns weiterhin als Genmilch bezeichnet werden. Vertreter der Molkereibranche halten dem jedoch entgegen, dass der Begriff Genmilch unzutreffend und unzulässig sei. Weil er fälschlicherweise den Eindruck erwecke, die Milch selbst sei gentechnisch verändert. Tatsächlich würden aber lediglich bei der Tierfütterung teilweise gentechnisch veränderte Pflanzen verwendet. Was ohne jede Auswirkung auf die Milch bleibe. Fünf Wissenschaftler hätten das in einem gemeinsamen Grundsatzpapier erklärt und bestätigt. Laut einer MNIT-Umfrage im Januar 2005 sollen 70% aller deutschen Verbraucher den von Greenpeace eingeführten Begriff Genmilch für irreführend halten. Nach einem fast vierjährigen Rechtsstreit um die Verwendung des Begriffes Genmilch verwarf der Bundesgerichtshof am 11. März 2008 die Revision von Müller Milch. Greenpeace darf er daher weiterhin Müller Milchprodukte als Genmilch bezeichnen. Eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland kritisierte in seinem Papier Müller Milchmelk Steuerzahler das Unternehmen. Weil es für die Arbeitsplätze in einem neuen Werk Subventionen erhalten, an anderer Stelle jedoch Werke geschlossen habe. Insgesamt wurden mehr Arbeitsplätze abgebaut als geschaffen. Die Fördermittel der EU und des Landes Sachsen betrugen rund 70 Millionen Euro. Im Frühjahr 2008 kamen Vorwürfe auf, dass die Molkerei Müller unter der Führung von Theo Müller durch Druck auf Hunderte in der Milcherzeugergemeinschaft organisierte Landwirte versuchte, die Preisverhandlungen über den Milchpreis zu beeinflussen. Bei den Verhandlungen zur Vertragsverlängerung hatte sich gezeigt, dass die MEC auf eine Verkürzung der Vertragslaufzeiten zwischen der Molkerei und den Lieferanten setzte. Die Molkerei hatte bis dahin allen Bauern den im abgelaufenen Vertrag vereinbarten Milchpreis weitergezahlt, der rund 11 Cent über den Preisen auf dem freien Markt lag. In der MEC organisierte Milchbauern wurden von der Firma Müller angeschrieben und zum Austritt aus der MEC aufgefordert, ein vorgefertigtes Austrittsschreiben war dem Brief bereits beigefügt. Im Falle eines Verbleibs in der MEC wäre den Landwirten der Spottmarktpreis bezahlt worden. Nach massiven Protesten einiger in der MEC organisierten Milchbauern gegen diese Vorgehensweise am Standort in Arezried setzte Müller die freiwillige Weiterführung des Milchabnahmevertrags bei einigen Milchbauern aus. Aus den Reihen der Milchbauern gab es daraufhin Kritik am Vorgehen der MEC. Mit dem Erwerb der ehemals staatlichen Molkerei Weinstephan im Jahre 2000 erwarb die Unternehmensgruppe Theo Müller auch die Marken und Namensrechte vom Freistaat Bayern. Entsprechend wurde bis ca. 2008 sowohl auf den Etiketten als auch auf der Website die Bezeichnung staatliche Molkerei Weinstephan verwendet. Außerdem war auf den Verpackungen werbewirksam das große bayerische Staatswappen abgebildet. Dessen Verwendung durch Privatpersonen und zu kommerziellen Zwecken durch Gesetze eingeschränkt ist. Kritiker reklamierten, dass damit bei den Verbrauchern der irreführende Eindruck erweckt wurde, dass es sich bei Weinstephan nicht um ein Privatunternehmen, sondern weiterhin um ein staatliches Unternehmen handele. Die Kritik richtete sich am Ende gegen den Staat als Verkäufer. Am 23. August 2011 forderte die agrarpolitische Sprecherin der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, Maria Neuchel, dass der Firma Molkerei Müller die Verwendung des bayerischen Staatswappens zu untersagen sei. Es sei schon bei Verkauf der Molkerei ein Fehler gewesen, die weitere Verwendung von Namen und Wappen zu erlauben. Zwischen 2006 und 2009 kam es zu Diskussionen zwischen dem Unternehmen und Anwohnern Lepersdorfs und umliegender Ortschaften wegen des inzwischen verworfenen Plans zum Bau eines Ersatzbrennstoffheizkraftwerks zur Energiegewinnung für den eigenen Standort. Am 10. Dezember 2006 wurde zu diesem Zweck ein Bürgerentscheid über die Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet Lepersdorf durchgeführt. Die Bürger der Gemeinde Wachau, zu der Lepersdorf gehört, stimmten mit 65,5 Prozent gegen die Änderung. Befürworter wiesen auf die hohen Umweltstandards in Deutschland sowie die Sicherung des Standortes und der damit verbundenen Arbeitsplätze hin. Kritiker warnten dagegen vor einem erhöhten Ausstoß giftiger Substanzen beim Verbrennen von Müll. Des Weiteren wurde eine erhöhte Lärmbelästigung befürchtet. Im April 2009 stoppte Müller-Milch die Kraftwerksplanungen und machte das Bürgerbegehren somit gegenstandslos. Im Juni 2012 erteilte die Landesdirektion Sachsen die Genehmigung zur Errichtung eines Gas- und Dampfheizkraftwerkes auf dem Betriebsgelände der Sachsen-Milch. Die Investitionshöhe beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro. Baubeginn war im Sommer 2012. Die Inbetriebnahme fand im Mai 2014 statt. Wasברים sind auch für alle Wölfe. Untertitelung des ZDF, 2020